Hallo Freunde der Spiegel-Tour und willkommen zurück bei Two Point Hospital im... Keine Ahnung, wie soll ich's nennen? Krankenhausattraktivität machen wir nicht. Wir sind hier um zu heilen und nicht um attraktiv zu wirken. So, Krankenpfleger, haben wir irgendwas? Bei Schwester mach ich ja eh keine Einteilung. Aber anscheinend sind meine Hausmeister alle ein bisschen überfordert gerade. Und in der Chirurgie sterben vielleicht ein paar viele Leute. Anfänger! Urinatet? Anywhere in the hospital will not be tolerated! Meine Güte, das macht mich alles fettig hier. Ja, Chirurgie haben wir nicht gepackt. Aber wir haben zwar viele Chirurgen und viele Chirurgien, aber die arbeiten nicht so schnell und effizient, wie ich das gerne haben wollen würde. Psychiatrie. Mechanik 2 und 3, Kundenbetreuung 2 und 3, nee, nee, nee. Allgemeinmedizin 3. Quatsch 7 Teilnehmer habe ich dafür. Eigentlich für Stationsverwaltung. Dann lassen wir uns die mal alle abziehen und sofort geht das ganze Krankenhaus kaputt. Wir müssen ja eh 30 Leute weiterbilden. Was halt wirklich schwierig wird, sind die wundervollen 90% Heilungsrate. Für die 3 Sterne. Das ist das, was wirklich das Schwierige ist im Moment. Join me in welcoming the mayor to the hospital. Das ist das, was wirklich das Schwierig ist. Er hat gerade wirklich erklärt, er ist kein echter Wölf und man muss keine Angst vor ihm haben, weil Wölfe können keine Mikrofone halten. Training course complete. Class dismissed. Mit auch nie jemand in den Kommentaren beantwortet, ob es wirklich so ist, dass gewisse Untersuchungsräume andere ausschließen. Also, dass ich alle durch die Radiologie jage. Ich habe übrigens ein paar Mechaniker dazu geschaltet. Was alles hier hops geht. Lernt durch alle Instandhaltung 2. Jetzt kannst du ein bisschen mehr Müll kommen im Krankenhaus. Oh, wir haben eine Heilungsrate von 95% gehabt bei den letzten 20 Patienten. Wie ist das denn passiert? 2-stellig x2. Erreiche Krankenhausstufe 20. So, und dann Hausmeister Geister einfangen kann. Man kann auch einfach sehr gute Leute einstellen, egal ob die qualifiziert sind oder nicht. Das ist ja nur ein Bonus. Wenn die auf der höchsten Stufe sind, glaube ich, als Chirurg oder sonst irgendwas, bist du von der Personalkompetenz schon gut bedient. Gut bedient. Werde 50 Hausmeister aus Karriereziel erreicht. Okay, ja. So, die Chefärztin wird nicht in der Allgemeinmedizin weitergebildet. Die anderen hier aber schon. 6 Patienten mit Beinauer. Achso, das sind Frakturpatienten. Die muss ich auch noch auslagern. So, du auch noch da oben. Drei Sterne Krankenhaus. Und wir haben dadurch nichts freigeschaltet, was echt schade ist. So, egal wo ich gerade dran bin, fick dich Krankenhaus. Was? Wir ziehen weiter. Boah. Erstmal Karrierebelohnung einsammeln. Toll. Das war's. Ich habe schon 473 Mitarbeiter befördert in der Karriere. Wie viele Krankenhäuser kommen denn noch? Krankenhäuser. Da haben wir jetzt das nächste. Dogverse upon Pilch. Da ist noch eins versenkt. Da und da. Drei. Vier. Boah. Also, man kriegt für das Geld auf jeden Fall reichlich Gewusel. Kann man nichts gegen sagen. Unterstützt den Two Point Gesundheitsdienst mit einem öffentlichen Krankenhaus. Da sind auch noch zwei Freunde, die das Level gespielt haben. Gesundheitsminister Tarquin Foxbridge hat uns um Hilfe gebeten. Das öffentliche Gesundheitssystem TPHS hat größere Schwierigkeiten. Das Hospital von Dogverse, eines der wenigen verbleibenden öffentlichen Krankenhäuser, hat seinen Leiter verloren. Lord Foxbridge hat vorgeschlagen, dass wir diesem öffentlichen Krankenhaus verwaltungstechnisch unter die Arme greifen. Das könnte sich für uns alle als vorteilhaft erweisen. Stups, stups, zwinker, zwinker. Falls wir die Ziele des Ministeriums erreichen, erhalten wir einen Teil des Country Gesundheitsbudgets. Allerdings erhalten wir keinerlei Einkommen für Diagnosen, Behandlungen oder Verkäufe. Das könnte interessant werden. Ach du Scheiße. Jetzt sehen wir nämlich, was passiert, wenn eine Krankenkasse Geld verteilt. Lord Foxbridge hat uns die Details unserer Ziele für die nächsten Monate mitgeteilt. Siehe die Zusammenfassung unten. Diese Ziele müssen wir erreichen, um zusätzliche Mittel zu unterstützen, das Krankenhaus zu erhalten. Bilde einen Mitarbeiter weiter aus. Ähm... Dafür brauche ich doch dann schon ein Bildungszimmer. Jetzt sehen wir das Schulungszimmer, wo es ist. Was? Und was haben wir überhaupt am Personal hier? Wow. Ihr seid kacke. Pfff. Und was ist das für eine Bauweise? Und was ist das für eine Bauweise? Ich weiß gar nicht, ob es hier warm oder kalt ist. Moment. Anscheinend ist es hier überall kalt. Und die alte Krankenhausleitung hat sich gedacht. Heizungen. Am Arsch. Hauptsache überall Fenster reinklatschen, ey. Einmal verglast. Ja, es sieht ja ganz süß aus, wie es eingerichtet ist hier. Nicht so effizient. Effizient wie meine Krankenhäuser. Ich stelle jetzt eine Schwester ein, weil die kann nämlich Stationsverwaltung beibringen, den anderen beiden Pflegern. Beziehungsweise einen der anderen Pfleger. Da können wir nämlich Geld sparen. Warum soll ich jetzt 5.000 bezahlen? Für einen... Ne, oder 10.000 für einen, der von extern kommt. Wenn das auch jemand machen kann, der hier dann arbeitet. Null. Ich glaube, das wird das erste Mal eine schwierige Mission werden. Ich glaube, das ist das erste Mal. Dafür ist es egal, wie viele Leute sterben. Und generell, alles ist egal. Hauptsache ja für die Ziele. Wie kann man so eine Toilette bauen? Es fehlt ein wenig an Krankenpflegern. Mit C-Wartzen entdeckt. Ein richtig schön enger Raum. So, 50.000 dafür. Installiere ein Upgrade. Ich brauche einen Hausmeister mit Mechanik. Ich möchte aber nicht so einen teuren einstellen. Oh, perfekt. Great and easy Scan up. Great and easy Scan up. Blablabla, viele Mitarbeiter haben freie Weiterbildungsplätze. Please investigate further. Klar. Wir holen jetzt erstmal vier Patienten für Chirurgie, ey. In unser kleines Vorort Krankenhaus. Beförderung ist okay. Beförderung ist okay. sehr schön. Da kriegen wir neue Mittel. Was müssen wir als nächstes machen für den großen Macker. Was müssen wir als nächstes machen für den großen Macker? Ich würde sogar einen einstellen. Ich würde sogar einen einstellen. Wenn er sich mit Allgemeinmedizin auskennen würde. Na gut. Dann bilden wir die vorhandenen aus. Das ist alles. Das ist alles. Gesundheitsinspektor kommt. Nein, nein, nein. Ich zeige euch gar nichts hier. Ich zeige euch jetzt 36 Tage dieses weiße Blatt. Und dann wisst ihr letztendlich, wie Allgemeinmedizin funktioniert. Denn das alles ist hier fake. Die Leute sind gar nicht krank. Sie denken nur, sie werden krank. Da ist alles eingebildet. Dabei fällt mir auf, wir haben gar keine... Doch, wir haben Toiletten. Einfach nur das machen, was gefordert ist. Es ist egal, dass wir nicht mehr die Patienten jetzt durchziehen. Weil... Was soll's? Naja, stellen wir einen ein. Dr. Robert. Der Arzt, dem die Frauen nicht vertrauen. Bitte setzen Sie sich erstmal den Stuhl an. Äh, was? Nein. Ich meine... Kommen Sie doch rein. Ich will Sie behandeln. Der Nächste bitte. Ich hab so einen Kratzen im Hals. Ziehen Sie erstmal die Hose aus. Heile drei Patienten. Wie soll das denn passieren? Habe ich mal den Medikamenten-Mixer vor... vorangebracht. Fülle acht Verkaufsautomaten. Am Markt der über Verkaufsautomaten irgendwo stehen? Nö. Habe ich mal den Kratzen im Hals. Du machst das schon. Jetzt müssen die Verkaufsautmaten auch erstmal leer gehen. Jetzt kommt die Verkaufsautmaten. Jetzt kommt die Verkaufsautmaten. Jetzt kommt die Verkaufsautmaten. Jetzt geht's die Verkaufsautmaten. Jetzt kommt die Verkaufsautmaten. Jetzt kommt die Verkaufsautmaten. Jetzt kommt die Verkaufsautmaten. Ich bin aber auch immer noch nicht. Wie ein Patient mit Stromschlag? Was schickt denn die mir solche Sachen? Ja, kauft schneller Sachen ein. Selbst davon kriege ich das Geld nicht. Gucken Sie mal hier, das dreht sich, wenn ich den Knopf drücke. Wie, ich mag es, wenn sie sich so schnell dreht und das müssen wir jetzt trinken. Äh, kein Problem. Cool, ich bin wieder gesund. Ich fühle es schon. Ich muss aufs Klo. Ich gehe lieber zu Hause, bin halbscheißer. Du, 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 du. Du, 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 du Ah, kann ich Irgendwie die Leute dazu bringen Mehr an den Automaten ranzugehen Kann ich nicht noch Trocknere Snacks verkaufen Hm Hm, der braucht eine Psychiatrie Das sehe ich jetzt schon Weil so läuft ja kein normaler Mensch rum Juhu, ein Toter Hm, das können wir machen Das ist nicht so kostspielig Na, vielleicht doch Theoretisch kann man jetzt aber auch die Sachen wieder verkaufen und das Geld einnehmen So, aber wir haben mehr Zufriedenheit dadurch Tja, und wie es das nächste Mal aussieht Schauen wir uns dann an, oder? Guck mal, wäre das nicht der perfekte Moment, um einen Zimmerbrunnen zu setzen, wo wir so wenig Geld haben? Ne, hier wird nicht weitergebildet Du musst dringend aufklonen, ist sehr durstig Und ist unterbezahlt Achso, das ist der, äh Assistent, der vorne sitzt Ja, wir können auch einen anderen günstigen einstellen Du kannst nach Hause Psychiatrie ist nämlich nicht unser Ziel Dein Mitarbeiter wird wieder zufriedener Was hab ich gesagt? Ja, wir sehen uns morgen Bis dahin Tschöle Euer Imperator Das siedelt in Not